Hi ihr Lieben! Willkommen zu meinem 50.000 Abos Special und dafür habe ich auch ein Special Guest und zwar Jan Christoph Meier. Ich habe mich glaube ich auf das schlechteste Video in meinem ganzen Leben eingelassen. Ich weiß auch gar nicht genau was das ist, aber ich glaube ich werde zerstört werden. Das wird glaube ich auch das kürzeste Challenge Video auf der Welt. Okay warte mal, ich versuche die Regeln zu erklären. Also ihr seht hier und wir haben eine Schüssel mit, sieht man das? Ja das sieht man, wie viel sind das? Ein Dutzend Eier. Ein Dutzend in zwölf für die Schlauen. Sechs, schwimmt das? Sechs davon? Nein, vier sind roh. Vier sind roh und logischerweise acht sind gekocht. So, sagen wir mal ich wähle jetzt dieses, dann nimmt Regina in dem Fall mein ausgewähltes Ei und muss mir das auf den Kopf schlagen und wenn ich Pech habe ist das halt ein flüssiges Ei. Genau. Und der Verlierer ist derjenige, der zwei Eier abbekommen hat. Achso, ist das so? Genau. Richtig. Okay. Weil sonst gibt es ja am Ende ein Steckchen, wo du hast zwei, ich habe zwei Eier, wie soll es dann sonst auch gelöst werden? Es ist sowas wie Russisch Roulette, nur dass wir tatsächlich nicht uns selbst das Ei auf die Stirn schlagen, sondern dem Gegner. Shit. Ja wer fängt dann an? Wir müssen das jedenfalls verloren. Also du bist ja der Gast, also eigentlich das ist du anfangen. Okay, mach ich. Ich bin Ehrenmann. Okay. Ich wähle. Scheiße, kann man das sehen? Ich nehme das. Oh scheiße. Ich habe mir extra Müllklawatten angezogen, die werbe ich dann auch weg. Das hätte ich ja lieber auch machen sollen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin sau nervös, obwohl das so leid ist. Ich habe gedacht, durch Schütteln kann man das herausfinden. Nein, schüttel nicht. Nein. Nein, 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 nein. Diese Chance ist zehn Prozent oder so gewesen. Okay, mach. Leute, ich verlasse dieses Video. Ich gehe sofort raus. Alter, guck dir das an. Okay, das gibt sofort Rache. Wer? Hä, meint, ich habe jetzt schon... Ja, das Stehende hier. Regina weiß bestimmt. Nein, ich weiß es nicht. Die sehen wirklich alle gleich aus. Bereit? Ja. Hä? Ja. Scheiße. Hä, was machen wir jetzt so mit? Ja, das kommt jetzt weg. Du bist als nächstes. Ey, das gibt es nicht. Wenn ich jetzt wieder sofort... Ne, das wäre wie ein Lottogewinner, Alter. Ne, 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 ne. Such dir eins aus. Wähle mit Bedacht. Was mache ich hier? Das. Ey, ne, bitte schüttel nicht, bitte nicht. Ich will deine Reaktion nicht sehen. Oh Gott, ich... Bitte. Ich brauche es gar nicht schütteln, das will ich schon so... Ey, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, wenn das jetzt roh ist. Mach. Ey, das kann nicht sein, Mann. Das ist eine nicht existierende Chance. Verloren hast du ja jetzt eigentlich. Ist ja schon vorbei. Was? Aber du darfst aus Spaß einfach nur aus Solidarität zwei Eier auswählen und mir hintereinander... Ich schwöre dir, die sind beide gekostet. Ich nehme direkt die beiden jetzt. Okay. Bereit? Hm, ins Auge, nice. Bereit? Ja. Oh, nice. Shots. Und ich nehme direkt ein zweites hinterher. Ah, Glückwunsch. Oh, shit. Okay, ich habe eine gute Idee für... fürs... fürs Finale. Okay. Wir setzen jetzt Jengis hier hin. Oh. Aber wir wählen nur ein einziges Ei aus. Okay. 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 Er kriegt nur ein Ei ab. Okay. Jengis! 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 Okay, Jengis ist hier. Oh, was ist das denn hier? Du musst nur zeigen. Du darfst es nicht berühren. Ich nehme dieses. Hey, wenn das jetzt ist. Bereit? Ja. Oh, 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 oh. Nein! Nein! Ah! 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 Oh, das stört so mega doll weh, Alter. Oh mein Gott, was ist denn das? Zeig mal her. Alter. Alter! Alter, das geht nicht los. Ey, das ist so ein Stein, Alter. Was ist denn? Hä? Schlag mal hier rein oder so. Ich will was? Maja! Was? An diesem Stein kann ich mal schnell vorher gezogen. Na gut, wenigstens einer der drei Affen ist heute mit Eiern eingeseift worden. Das ist schön. Das ist mein Dankeschön für die 50.000 Abos. Danke, Regina. Bei 100.000, was mache ich da? Sperma-Challenge. Damit verabschiede ich mich. Dankeschön noch einmal für die fleißigen Abos, für die Kommentare und die Likes und so weiter. Das freut mich sehr doll und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Ohne Eier. Und ansonsten noch ein schönes Wochenende euch. Tschüss! Freunde, wenn Regina nicht nächste Woche die 100.000 hat, dann bringe ich ihr jeden.